Schaut ab, Mann! Leute, Helden! Egal, was für eine Scheiße hier ist! Ich war hier durch. Pressearbeit. Pressearbeit. Kannst du noch ruhig schlafen? Darf ich vielleicht als Presse durch? Gehen Sie doch außen rum, bitte. Gehen Sie doch einfach außen rum. Sie müssen mich durchlassen, es steht hier drauf. Schauen Sie doch mal, da drüben ist eine Riesenlücke. Genau. Ja, aber hier kann ich durch, weil Sie mich durchlassen können. Das ist jetzt grad schwerer als Sie wollen. Acht ihr zu ihr? Das ist der Film, den ich nicht verfixtle. Sonst verfixtle ich die immer, ja? Kommen Sie durch! Ja, das ist dann nicht. Ja, oder? Ja, oder? Oh, das ist das. Das ist was jetzt am Ende. Ja, die hier, jetzt ja. Ist das nicht so. Was? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.